Hallo und Willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ich gestern schon gesagt habe, Kannibalismus bei Triops Longigordatus ist sehr verbreitet. Und so hat jetzt dieses riesige Monster von Longigordatus den kleineren Albino gefressen. Ja, beziehungsweise ist gerade am Fressen. Ich weiß auch nicht, wie er ihn bekommen hat, ehrlich gesagt. Und sie kriegen eigentlich auch genug Futter. Aber ja, kommt halt trotzdem immer mal wieder vor. Leider muss man dazu sagen. Denn der Albino, der hat jetzt nicht allzu lange gelebt. Das waren jetzt gerade mal knapp vier Wochen. Hätte eigentlich noch locker zwei Wochen leben können. Ich hoffe ja, dass es der Große macht und dann noch ordentlich wächst. Aber ja. Mittlerweile hat der Große auch sieben Zentimeter. Sieht man jetzt vielleicht gar nicht so auf dem Video, aber ja. Er ist riesig. Der kleinere, der hatte eben nur vier Zentimeter und ist ihm deswegen zum Opfer gefallen wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt. So was passiert. Okay. Dann. Dann. Ich wollte es nur gezeigt haben. Das ist auch mir passiert. So würde ich mal sagen. Ich hoffe heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.